hier Rüstungsschmied und Waffenschmied und dann Bergbau was auch wichtig ist sind immer die ganzen wenn falls wir raiden oder Indies machen braucht man irgendwie klar Heiltränke und Alchemie wäre auch sehr sehr wichtig aber als Krieger ist doch ganz cool hier Rüstungsschmied und Waffenschmied Alter LOL wie episch what the fuck äh epische Quest oh mein Gott täglich Daily 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 Dailies hier wo bin ich überhaupt hier Dailies Meteor Kind ne Meere ne Meereskind werft Meereskind bin ich ja ok ja Alche sollst du nebenbei machen weil du Alche für Rüstungsschmied brauchst achso nicht Bergbau also oder auch so was ist denn das nicht genug gehackte Früchte ach das sind irgendwie Dailys hier ok aber was heißt denn ist die Quest episch sau schwer oder wie so nur lesen hier auf episch ist das eine Indie beides Bergbau und Alche ah ok also brauchst du mehr Matze brauchst du nicht nur Bergbau Sachen Erz und sowas brauchst du auch irgendwelche Pflanzen besiege Prinz Hieronymus Cadillac in der ausgebrannten Burg besiege Prinz Hieronymus bla 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 und dann suchst du dir aus was du auf Max haben willst von den zwei das ist doch bestimmt eine Indie gell besiegeblutige Hand ist bestimmt auch eine Indie äh Voluteris ist auch eine Indie erscheinend ausgebranntes Burgarsenal ja kann ich ihn nicht alleine schaffen muss ich halt warten bis bis ihr dann kommt oder so keine Ahnung Gags posten mal die Seite damit ich ihm ein bisschen Infos sammeln kann äh ach so hier kannst du die finden so ein Ding habe ich im habe ich im Facebook Post unterlassen heute unten sind mehrere Seiten warte ich schick dir mal ich schick dir mal den direkten Post unten drunter sind mehrere Links hast du gleich mehrere zusammen hier ja also dann würde ich jetzt erstmal nehmen Rüstung 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 eigentlich im Bergbau so soll mal hier das ist das hier äh für Questi oh Gott Questi ohne Ende Stelle mit einem Parfümmörser folgenden Gegenstand her Kondensierter Duft Parfümmörser Kondensierter Duft nicht genug gehackte Feldfrüchte Kondensierter Duft Kondensierter Duft mit einigen Besonderfrüchten kannst du sogar Tiere zähmen jetzt geht es aber los mit irgendwelchen Quests hier Sammle Sammle genügend äh Erntefrüchte um 30 Stück gehackte Feldfrüchte Trockenblumen gemahltes Getreide oder gemahlene Gewürze herzustellen und benutze ein paar Parfümmörser um daraus einen kondensierten Duft herzustellen Stelle mit Parfümmörser durch den Duft her ok äh es ist jetzt es ist eine Quest wo ich jetzt den ganzen Tag machen kann die einfach rumlaufen im ganzen Land oder kann ich die Dreck machen was in Delhi ist Sammle mangelhaftes Schießpulver wo ist denn das das habe ich 100 Queste angenommen Leute Gunter Schmid Servus Christian Thalow schön dass da bist mein Freund ja passt hier wieder Questen und Suchen verwirrt verwirrt sein aber ich habe umgeskillt so gefällt mir das bessere Spiel platziere ein wildes Elchkalb im öffentlichen Stall des äh Vionni des Wald ist aber auch nicht hier wissen das wo ist dieser komische Wald ich muss dieses Ding immer weg machen löschen wie gesagt du musst dich nicht festlegen welches Handwerk du machen willst du kannst von jedem etwas machen aber erst viel später dich auf 3 festlegen ok dann mach ich halt erstmal ein paar Sachen was ich auch brauche Werkbau Alchemie Schmied und Rüstung Schmied also Waffen und Rüstung Schmied ähm 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 ne meine Tageseinnahmen reichen mir ähm Silent Kill hab ich doch tausend schon eingenommen ähm 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 abschließend zeige dem Richter ok aber muss ich jetzt hier wieso muss ich jetzt diese Quest hier mach ich tu die mal ausblenden abschließend unschuldig werden die uns schon bewiesen zeige dem Richter die Empfehlung ähm ich geh doch jetzt nicht nach Mariannopel so weit voll weit weg muss ich ja 3 Stunden reiten Karte naja das ist hier und 8 ist ja auch da 8 ist ja auch da 1 8 ab 19 Uhr heute ab 19 Uhr kannst du zocken abschließend unschuld zack und besiege sammle genügend aber das mit dem Getreide ist aber auch komisch jetzt hier ein seltener Duft das ist ja auch dort hier ewig oder wie ist das äh wo ist denn die ich will die 333 müsste dann aber weg machen müsste dich dann aber weg machen so nö das erlaube ich ja nicht so fertig jetzt hast du's das geht das auch hier gut war leute die ganzen Quests hier ok ich mache jetzt die Däle ist kann ich anscheinlich machte sie kann ich in dem Gebiet das da Karte die sind einfach verteilt im ganzen Gebiet hier irgendwo ein wild aufziehen bringe ein wildes Fohl in den öffentlichen Stall auf der Halbinsel soll sie dann zähme erst du brauchst Vita Wurzel wasser dann will es hier zu zähmen kann unterschiedlich lange dauern pflanzen mit der Wurzel in dem der Witte haben ich mache doch jetzt nicht sowas hier ich möchte mal weiter questen hier ein wilde ich aufziehen ok das ist ja auch cool bringe ein wilde ich kalben öffentlichen Stall das muss ich hier machen auch da sammle mangelhafte Schießpulver Karte die Dailies sind über das ganze Gebiet verteilt merke ich auch gerade alle Quests in dem Gebiet sind komisch ich habe das fast alle aufgegeben hey grüß dich servus hallo die sind anscheinend so verteilt dass sie überall sind aber man braucht ja ewig in die ganzen Gebiete zu kommen ich gebe dir das mal auf ich kann die ja mal machen später aber ich möchte jetzt nochmal weiter questen ja sind die Dailies aber so fliegen selbst kann man nicht mit dem Mount oder sowas gäh wenn ich jetzt zum Beispiel hier rumreisen will wie mache ich denn das achso ich habe ja das Buch gäh ich habe ja das Buch kann ich mich hin und her porten oder liege ich da falsch na gut dann leiten wir mal weiter hier genau genau hast du ja gerade geschrieben aber was sagt ihr soll ich jetzt da von Ort zu Ort reisen und die Dailies machen um sie zu sehen oder soll ich ganz mal weiter questen so mir wäre es egal aber es ist glaube ich langweilig wenn ich so hin und herreise die ganze Zeit für euch aber machen müssen wir es irgendwann eh untersuche den Knochenhaufen oben auf dem Meeres Kind Leuchtturm okay gehen wir mal da oben hin kann man da hinfliegen nee und dieses das brauchst du um irgendwas besonderes herzustellen bestimmt okay okay kostet irgendwelche steine okay ich muss ganz hoch da klettern kann man damit mit Level Cap nicht fliegen so wie wir zum Beispiel in der ganzen Welt muss man da sich hin und her porten aber ich kann ja mal so eine Daily probieren um zu sehen wie das ist was haltet ihr davon muss ja nicht alle machen irgendeine die vielleicht einfach ist nicht ganz so schlimm die Stars brauchst du für Mirage Island zum Beispiel Häuser und Budde zu kaufen ich dachte das sind vielleicht seltene Mats für Rüstungsteile oder so okay das ist aber auch okay jei ich habe das Licht angemacht kommt wieder aus gut dann besiege Steifbrisen Seevolk oder Brisen erstmal runter klettern ist das im Wasser wieder im kleinen also ich kann ja auch schnell laufen habe ich ja ganz vergessen da runter springen geht noch besser na dann ins Wasser oder wie ne ich will da durch die Limitierung oder was kann doch nicht durch hallo Open World und so das Fenster ist offen Open Window Mother Flower zack na gut dann machen wir hier weiter anscheinend yeah 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 besiege diese Typen die sind hier sind die denn im Wasser oder wo sind die einfach mal ins Wasser und vom Haar ach da sind sie ja doch ich muss dieses Teil noch etwas höher schieben ja ok ja ja ich wollte hätte ich sowieso angegriffen das ist noch nie wieder die hoffentlich halten das ist ja heute Abend auf oh also ich würde mal böse behaupten nein ganz einfach einfach nein weil sind ja noch mehr Spiele gibt es da nicht so ein Limit auf dem Server sind ja schon über 4000 momentan so ist der Wolf eigentlich auch hier ja schwimmt der auch hier schon ja zack 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 komm schieß 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 genau kannst du knicken hey Pragus guten Morgen servus grüß dir und hallo wie geht's dir du scheiße sehr begeistert zu sein mit dem Server heute Abend ja ich habe einen schießt die die die